Ob hier in diesem Sumpf irgendetwas lebt, was diese Ranken noch mehr fürchten als das Leben an sich? Nein, uns. Weißt du Bescheid. Die sind ja offensichtlich zurückgeschreckt, uns weiter zu verfolgen. Also habe ich das Gefühl, dass hier in diesem Wasser irgendetwas ist, was die Ranken nicht mögen. Und ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Ich bin mir aber nicht so... Ich, ja. Lass mich in Ruhe. Was auch immer das ist. Ich will es irgendwie wissen. Ja, komm. Okay, schade. Nichts. Ich wollte es einfach nur mal wissen. Weil den 100% Run haben wir ja eh nicht. Wir schaffen es eh nicht, dass wir überleben. Aber ich wollte mal gucken, ob da vielleicht noch eine interessante Animation dahinter steckt. Was aber gut ist, die kommen immer von derselben Position. Ei, ei, ei. Ich hüpfe und guck mal. Okay, wir müssen das glaube ich von unten bis rein. Oder, oder wir machen das so. Oder, wir springen einfach in diese Dornen rein. Dann könnte man nämlich relativ schnell einfach sterben. Und dann ist das Ganze hinter uns. Dann haben wir es endlich geschafft. Dann ist dieser ganze Horror endlich hinter uns. Und wir können aufwachen. Oh Gott. So richtig versuchen tun, die es zum Glück nicht, ne? Was ist denn da? Eine Sumpfsperre. Wir kommen ja nicht weiter. Ich habe das Gefühl, dass diese Gestalten höchstwahrscheinlich... Ja. Augen haben, wollte ich gerade noch sagen. Lass mich mal vorbei. Nee. Wenn du auf Konzert bist und du musst auf Toilette. Also wirklich wollen die keinen Platz machen, ne? Guck mal, und hier hat man jetzt ein... Sich eingeschifft, um Dominanz zu zeigen. Und dann hat man plötzlich ganz viel Platz. So. Wen haben wir denn da? Ja. Ich will da nicht unterherlaufen. Boah, ich finde sich aufhängen ist... Das ist so eine grausame Art zu gehen. Ich weiß nicht, warum das so viele Menschen machen. Weil... Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen widerlich. Wenn du nicht tief genug fällst, überlebst du. Und dann erstickst du ganz langsam. Und du hast dann eine Möglichkeit, dass du zwei, drei, vier Minuten lang eventuell mitkriegst, dass du stirbst und du hast keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Das ist genauso wie vom Nahtecke springen oder so. Also auch vom Haus springen oder was. Du hast einfach... Während des Sturzes hast du die Möglichkeit, zu überlegen, was du da tatsächlich gerade tust. Und ich habe mal irgendwann eine Studie gesehen oder gelesen, besser gesagt. Also was heißt eine Studie? War so eine Übersichtssarbeit über Leute, die es geschafft haben, solche Sprünge in den Tod, in Anführungszeichen, zu überleben. Und weit über 95% haben die Leute, die überlebt haben, gesagt, ja zum Glück habe ich überlebt. Dass sie gesagt haben, während des Sturzes habe ich es mir anders überlegt. Und ja, überleg dir das mal. Passend dazu, ein Kind in einer Pfütze. Boah, was ist denn hier los, ey? Boah, was ist denn hier los? Was für ein Glück, dass wir die Ente mitgenommen haben. Ist ja gesehen, sie stand mit auf dem Grab. Boah. Der arme Olle, ey. Aber er ist ein richtig guter. Auch wenn er im totalen Horror ist. Auch wenn er eine andere, also was anderes machen muss, will, darf, kann, was auch immer. Nimmt er sich die Zeit und begräbt das Kind. Boah, ist ja... Böse Spiel. Böse, Böse. Ah, Schreck. Schuld und Kummer. Also Schuld haben wir nicht. Wir haben alles gegeben. Baba Yaga heißt die Hexe. Bist du mir jetzt wieder ein. Baba Yaga war die Hexe mit dem wandelnden Haus. Das sieht nicht mehr aus, als wäre das real. Ligtgubber. Ligtgubber. Ich war mal in der Uni, in einem relativ alten Bereich der Bibliothek. Und da waren dann auch ältere Bücher. Ich weiß nicht, uralte. Aber dieser Geruch von diesen, ja, Milben und Büchern und Papier mit dem Holz gemischt. Das ist einfach, das ist Geborgenheit meiner Meinung nach. Vielen Dank, Spiel, dass du mir das jetzt gibst. Das habe ich gebraucht. Was für eine... Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Long ago, there was a peaceful kingdom that lacked an heir to the throne. King Nils and his Queen Magdalena had waited for a long time. And at last, she was expecting a child. She gave birth to the longed-for son, and they named him Ulrich. But suddenly, doctors crowded around the Queen's bed. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. The love of his life was gone. Weighed down by sorrow, King Nils approached his autumn. Meanwhile, Ulrich grew into a young boy full of life. Ich muss noch einmal zurück. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. The love of his life was gone. Guck mal, da in der Wolke, da ist die Frau, oder? Cool. Also, schönes Bild, auf jeden Fall. So, das haben wir gesehen. Der Prinz war das einzige Ding, das die Schmerzen in seinem Herzen gehalten hat. Mit den kleinen Wichteln. Ein Tag, Prinz Ulrich fiel ill. Die Doktor haben alles versucht, aber er grew weaker und weaker. Sie sagten King Nils über eine mythische Blume, dass die Wälder rummert waren, um euch für euch keine Krankheit zu nutzen. War das nicht die Geschichte von Bart's Tale 1? King Nils searched the whole kingdom for the flower to no avail. And his campaign soon became a gruesome witch hunt. Mmh, toll. Natürlich. Aber wenn das einzige Licht in seinem Leben erlischen, äh. Ich meine, man kann es nachvollziehen. Außer das vielleicht. The witch is yet slain, but the flower was nowhere to be found. Ah, so ein Messer, äh, irgendetwas, oh, legt Gubbel is weg. Ähm, irgendetwas muss auch mit dir im Kopf kaputt sein, wenn du es schaffst, so ein Messer oder ein Schwert in das Gesicht eines anderen Menschen zu stecken. Um das mal so plastisch auszudrücken. Irgendwas muss ja doch falsch geschaltet sein. Ulle wished he could stay in the warm light of the library. But he knew that he needed to reach the mountain and find Lillemur. Ah, ich wäre auch gerne da drin geblieben, aber wir gehen mal in Hans Labyrinth. Suddenly, he heard a familiar voice. Follow me, little brother. I will protect you. Ulle. Komm, warte doch auf mich. Ich möchte doch mit dir gehen. Ulle. Ich habe das Gefühl, wirklich in Pans Labyrinth zu sein. Wenn du mal einen Film, den man nicht wirklich verstehen kann, gucken willst, schau dir mal Pans Labyrinth an. Also man versteht den schon, aber ich fand den, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich vielleicht ein wenig angetrunken. Und da war der Film etwas durcheinander. Ist das jetzt ein Satyr? Ich weiß, Satyr ist die deutsche, also germanische Folklore. Aber wir haben so was ähnliches. Eine Waldschnümpfe. Die übrigens vollständig bekleidete ist, YouTube, falls du gerade zuguckst. Vollständig bekleidet. Au. Ja, du lachst dich kaputt, ne? Geile Musik übrigens. Ich mag übrigens solche, gesangs... also solche nordischen gesänge und das ist ja 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 das findet sie witzig oh das war gefährlich so wir müssen aufpassen bodenbund und gesund zählt auch hier lass das! das ist schlecht für die welt so weiter geht's ich spiel mal ein bisschen passiver so ich glaube sobald man den ersten quasi okay so jetzt kommen wir gleich mit den boden habe ich das gefühl ja wow ich habe ein bisschen angst da näher an die rand zu gehen aber ich glaube das müssen wir da machen ich habe so ein bisschen also ich ziehe das jetzt nicht in die länge weil ich die musik gut finde ich habe kurz überlegt aber ich finde die schon ganz gut die musik aber das tue ich natürlich nicht das ist ja quatsch weil eure zeit ist ja genauso wertvoll wie meine wenn ich sogar ein bisschen wertvoller ja was machst du? was machst du? ich wurde ein wenig gierig so ah der macht das schon wieder nein nein lass mich ich glaube man kann es verstehen was die an zaubern macht so komm mal runter von deinem hohen ross eliana ich weiß nicht wie du heißt aber eliana bestimmt jetzt geht es los die hat unsere schwester getötet also wahrscheinlich nicht wirklich aber nicht tun Oh ne Ich seh keine Puppen mehr, die die uns, äh, die 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 sie beschützt Ich, äh, hache mal aus Ah, ich seh die Puppen jetzt, okay Ich hab sie gerade nicht gesehen Nein, nein, nein Oh, äh, boom Ich hab nicht auf den Boden geachtet Ei, ei, ei Oh, die, die meint's aber ernst, ne Genau